So, schnell was gegessen. Dass mein Magen wieder nicht so laut rumschreit. Da habe ich Munition. Ja, ich habe ein paar Dinger. Dann habe ich da noch welche. Ich habe 700 Credits. Das ist ja schön wenig. Frap select mal wieder. Und ich muss da lang gehen. Und ich habe ein SMS. Als Ton habe ich das Lied von... Ich habe vier Nachrichten. Wow. Als Ton habe ich... Nein, das will ich nicht lesen. Das andere. Ich habe es gleich. Ich bin mal gespannt auf die Bewertung. Achso, ja, schön. Als Ton habe ich drin. Für Iron Maiden ein Lied. Ich weiß jetzt aber klar habe ich gerade nicht welches. Drücke ich mal Tab. Anscheinend drücke ich kein Tab. Weil... Ding. Ich wollte mir eigentlich gerade das erste Mal so einen Textlook anhören. Aber er hat gesagt, er will das nicht. Er hat gerade Pause. Im Winter. Die Sommerpause ist das. Es ist so schief. Cool. Jetzt ist es gerade... Wow, er tut sein Ellbogen so... Wow. Das ist ja ganz schön. Ich will Fahrstuhlmusik. Ich habe es in Dead Space 1 erwähnt. Ich habe es in Dead Space 2 erwähnt. Und ich erwähne es jetzt auch noch. Ich will Fahrstuhlmusik. Und wenn es irgendwann Dead Space 20 und so 38 gibt, werde ich es immer noch sagen. Ich will Fahrstuhlmusik. Weil... Das ist langweilig. Toll. Da geht bloß bis da und dann hört er auf. Weil... Oder irgendwas cooles. So ein... Idiotische, lustige Musik. Oder... Was könnte man dann... Man könnte auch so einen kleinen Fernseher oben in die Ecke reinbauen. Wie wir es jetzt gerade neben McDonalds-Laden haben. So... Drei-Flachbild-Fernseher oder so. Das wäre doch mal... Das wäre doch mal was. Aber jetzt fängt das erst an. Super. Ich glaube, das Spiel spinnt jetzt irgendwer auf Hardcore. Hey, das ist ja mal voll schwul. Weil... Ding. Erst war das mit der Ishimura. Dann... Die anderen Sachen, die ich vergessen habe. Weil ich immer eine Sache schnell vergesse. Und jetzt... Dass ich drei Stunden mit dem Fahrstuhl fahre. Wer fährt bitte drei Stunden mit dem Fahrstuhl. So groß ist doch das ganze Schiff nicht, hey. Gibt's doch nicht. Komm. Stirb. Wer hat drei Stunden mit dem Fahrstuhl. Das ist bestimmt bei niemanden außer mir so, hey. Das ist... Das ist sowieso klar. Ist ja auch eh klar. Hallo. Ich messe gleich hier den Rauminhalt von dem Ding aus. Was heißt Volumen heißt es? Volumen. Voluminöse Haare. Hat Isaac zwar nicht, aber... Er muss sich auch nie irgendwie... Er trinkt auch irgendwie nichts. Der muss doch Durst haben, hey. Wie ein Ochse. Ja, hallo. In dem Let's Play sieht man jetzt, wie ich als Isaac Clark... Ähm... 15 Minuten mit einem Fahrstuhl fahr, der uns erscheinend in die Leere führt. Ja, komm, hey. Ja, will er mich jetzt verarschen? Ja, wir fahren jetzt echt seit 10 Minuten mit dem Fahrstuhl oder seit mindestens 3 Minuten. Ne? Oh oh. Gerade wenn ich wegschau, geht der Fahrstuhl auf. Ganz klar. Achso, da kommt auch noch nichts. Das weiß ich. Und ich hab zur Zeit immer das schwule, blöde... Also, es ist schon nicht schlecht, das Lied. Ähm... Ich hab zur Zeit die ganze Zeit das Lied, ähm... Ne Leiche im Kopf. Ich bekomm das nicht mehr raus. Weil ich musste da die Basslinie lernen, weil ich das Spiel mit meiner Bände... Also, ich werd gezwungen davon. Von denen. Und hab ich Knoten dabei? Einen. Den brauch ich aber erst später. Ach, ist doch egal, oder? Brauch ich doch, was nehm ich da rein? Hau ich mal einen Rigg. Und... Wenn man so das Lied einmal hört, ist es cool. Und wenn man es zehnmal hört, ist es auch immer noch cool. Wenn man dann das Lied aber ungefähr 50mal hört, ist es nicht mehr so cool. Ja, ich weiß. Mich wundert jetzt, warum man jetzt das Fenster des Glas nicht einschlagen hat. Okay, jetzt verstehe ich's. Dass es nicht mehr geht. Jetzt hab ich... Jetzt sag ich gar nichts dagegen. Aber dann... Wenn man später hier wieder rausgeht... Ähm... Kommen wir in der... Oh! Cool, da waren viele drin, hey! Das sehe ich zum ersten Mal. Geil, Mann! Geil? Cool, da sind viele. Ähm... Dann kommen da so kleine Kindermonsten mit ihren kleinen Händen, ne? Und dann hauen sie einfach das Glas zusammen und dann geht das kaputt. Aber wenn ich mit meiner riesigen Messerhand da entlang bashe, dann kommt da gar nix. Ich hab Munition gefunden. Oh nein. Das ist jetzt hier was. Das ist jetzt ziemlich dämlich. 96, okay. Weil hier kommen unglaublich viele und ich geh immer erst... Abenteuer, ich hab's mir in den letzten Jahren gelangt. Da sind das przebwarten. Mein Vater, ich hab's mir in die letzten Jahren gelangt. Ich hab's mir in den letzten Jahren gelangt. Fah! Dafür hab's mir gehasht! Fah! Oh Gott! Das ist Vrené! Tut mir echt leid, dass ich jetzt gerade so erschrecke wie ein kleines Mädchen, aber Das ist ja mal gerade überhaupt nicht krass, oder? Ich weiß, da kommen scheiße viel jetzt Und ich höre schon das nächste Ich brauche jetzt wieder hier ein bisschen länger, weil das auch wieder so eine Stelle ist, wo man leicht sterben kann Hab ich auch einmal gestorben, aber wo ist es nur? Ist es links oder rechts? Ich kann es nicht entscheiden Ich gehe jetzt mal Ja, klar, Arschloch Wenn jetzt die Viecher kommen, mach die Tür auf Arschloch Weil ich hasse die kleinen Viecher einfach bloß noch Das war jetzt mal eine sekundäre Funktion der Waffe Da kann ich so ein kleines Ding schießen Ja, wo bleiben sie denn, hey Oh mein Gott Oh mein Gott, oh mein Gott Geh weg, geh weg, geh weg Das ist hinter mir, oh mein Gott, ich hab wieder Angst Oh geil, ich hab Angst vor dem Spiel Ist es fett Da hinten ist es Hässliches Vieh Ich hab Angst vor dem Spiel Ich glaub's nicht, ey, geil Ich hab wieder Angst, geil Also vor dem Spiel jetzt Weil normalerweise hab ich keine Angst vor dem Spiel Weil es halt nicht jetzt Es gibt halt Schlimmeres Und ich hab's auch schon durchgespielt Ganz oft aber Wappala Was kommt denn da auf mich zu, hey Alter Haha, gesplattert Leck mich am Arsch, ey Es ist super geil flüssig Das ist ja mal übel Geil 53 bloß noch, super Ganz gut gemacht Weil ich bin hier wirklich auf Ist es hinter mir? Hallo, stirb Geh und Was ich hier jetzt grad ein bisschen länger gebraucht hab, tut mir leid, aber Das muss jetzt einfach sein Okay, wappala Halt die Fresse Ich hab grad überhaupt keine Panik Also mir geht's gut, keine Angst Ich bräuchte Money Wenigstens ein bisschen Das war alles cool, doch Nehme ich heut mal ein Ding und... nein Stace nehme ich jetzt noch nicht Speicherpunkt ist mir egal Ich speichere das letzte Mal Im 13. Kapitel Ich denke mal, das wird reichen von der Zeit hier Ist das bloß so'n Ding? Das brauch ich nicht Das brauch ich nicht Das brauch ich nicht Da hinten muss ich hin Da gibt's was cooles Ich hol mir erst, äh, Sauerstoff Äh, ich mein Stace Und dann hol ich mir da hinten Neh Ach, ist bloß Munition Scheiße Was ist das da? Energiekanone Brauch ich nicht Geh weg Y zum Ding machen Ach, nein Und das, was? Ich wollte dich grad auch noch nicht Also, verpiss dich Hallo Oh mein Gott Ich hörte erst dich So, und das muss man jetzt wieder zusammenbauen Äh, ja Das muss man jetzt zusammenbauen, genau Und das ist auch unglaublich schwer Das fördert so Denkarbeiter Leck mich am Arsch Und die sieht man auch ganz schlecht, die Dinger, geil Nein, das ist das falsche Geh raus Geh raus Ich würd gern mal so'n Spiel programmieren Das wird mich wirklich interessieren Das muss bestimmt schwer sein, hey Oh Gott Das muss bestimmt schwer sein Einfach das Ding da reinzutun Und das ist der vorletzte, keine Ahnung Komm mal einfach her, meine Fresse Ist das? Ja, schaut gut aus Auf meinem Sofa liegt ein Toter Ich kann das nicht beweisen Und das ist auch nicht mein Opa Ich muss singen Ich weiß nicht worum Aber die Veranlagung ist da zum Singen Es schwebt Das ist mir egal Achso, jetzt muss ich da hinten machen Klar Und man hat Das erste Mal Also ich jedenfalls Ich hatte Angst, dass da irgendwie Monster sind oder so Aber da kommen keine Jedenfalls nicht Wo ich da war Und Dann gehen wir da wieder zurück Achja, jetzt kommt da überhaupt nix Genau Das ist bloß eine Illusion Äh, nicht eine Illusion Eine Isolution Eine Isol... Isola... Isu... Ein... Isu... Forta Morgana Eine Forta Morgana Oh, okay Ich habe uns fast von der Magnetbahn abgekoppelt Halten Sie mich aus dem Laufenden Okay Kleine Kindermonster Man hört sie schon ein bisschen Ähm Eine Fatum Morgana war das gerade Eine Isu... Eine Illuz... Ich kann jetzt das Wort nicht aussprechen Bin ich jetzt ganz dämlich Eine I... Isolaz... I... So... Einbildung Synonym für Einbildung Isolaz... I... Bin ich jetzt ganz dämlich? Da ist eins Eine Ich... Ich bin jetzt echt super dämlich, oder? Ich kann das dämliche Wort nicht sagen Ich glaub's nicht Was heißt's na bitte? Wenn's einer weiß, bitte drunter schreiben Das wird mir... Würde mich freuen Und die haben auch dagegen Und die bekommen jetzt noch nicht Ich mag die Kindermonster Wer's noch nicht gesehen hat Die schauen so aus Sind cool, ja Du bist scheiße und tot Nichts ein Körper, mein Gott Die sind viel zu langsam Die Kindermonster Ich treff euch alle Du bist tot Hinter mir ist auch was Aber das ist mir egal Autschi, du hast mir wehgetan Arschloch Du bist Ich kann es Vielen Dank.